Bonjour Berlin, unser politisches Tagesgespräch heute mit Adrian Arnold. Er ist Berlin-Korrespondent des Schweizer Fernsehens SRG. Guten Morgen nach Berlin, Herr Arnold. Guten Morgen, Herr Fittkau, nach Bonn. Ja, die Situation in Berlin ist quasi eine ideale Vorlage für uns Journalisten. Dort gibt es jede Menge zu besprechen. Fangen wir vielleicht mal an mit dem, was da wohl geschehen ist im Fraktionsvorstand, genauer gesagt im Vorstand der CDU gestern. Einfach mal die Klappe halten und ähnliche O-Töne sind überliefert. Ist das ein Ausdruck dessen, wie nervös die Union mittlerweile ist? Ja, ich denke, es ist ein Ausdruck der allgemeinen Verunsicherung, die man in der Union spürt, die man überhaupt in der gesamten Polit-Elite Deutschlands spürt und die man auch bei der Bevölkerung spürt. Also ich würde mal sagen, Deutschland ist im Moment verunsichert. So nehme ich dieses Land im Moment wahr. Man hat eine Kanzlerin, die eine Strategie hat für eine sehr humane, für eine sehr mutige Flüchtlingspolitik. Aber eine Strategie, die nun zu scheitern droht. Und niemand weiß genau, wie das weitergehen soll. Und deshalb, glaube ich, diese große Verunsicherung in der Union und eben überhaupt im ganzen Land. Die Strategie von Frau Merkel droht zu scheitern. Sagen Sie, hat denn Frau Merkel überhaupt noch Möglichkeiten, das Ganze zu beeinflussen? Also ich sage ja, sie droht zu scheitern. Sie ist noch nicht endgültig gescheitert. Sie hat ja eine Strategie, die vor allem gesamteuropäisch zum Ziel führen soll. Einerseits, dass Europa, die EU-Staaten solidarisch mithelfen sollen, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Und da hat sie jetzt natürlich noch einen oder den anderen Trump vielleicht in der Hand bei Verhandlungen. Und da muss jetzt in den nächsten Tagen möglichst schnell die Leute überzeugen können, ob das wirklich gelingen wird. Das ist natürlich die andere Frage. Und die zweite Strategie ist natürlich, oder der zweite Teil der Strategie ist die Türkei-Frage. Dass man eben die Türkei dazu bringt, nicht mehr so viele Flüchtlinge durchzulassen. Dass die Türkei auch die Bedingungen verbessert in diesen Flüchtlingslagern. Und da trifft sie sich ja am Freitag mit dem türkischen Premierminister. Ein sehr, sehr wichtiges Treffen. Und sie muss jetzt einfach in den nächsten Tagen wahrscheinlich, in den nächsten kommenden Wochen, diesen Resultate liefern können, um zu zeigen, die Flüchtlingszahlen, die gehen runter hier in Deutschland. Unterdessen deutet sich offenbar an, dass zusammen mit Österreich, möglicherweise dann auch gemeinsam mit Slowenien, die Deutschen so etwas in Erwägung ziehen. Also so möglicherweise eine temporäre Grenzschließung für Flüchtlinge. Jedenfalls würde ich den österreichischen Außenminister so interpretieren. Was würde das bedeuten? Die Konsequenzen sind schwer abzusehen. Aber Frau Merkel sagt ja immer, das wäre eigentlich das Ende von Schengen-Dublin, vom freien Personenverkehr, auch für die Wirtschaft natürlich ganz bedeutend, für die Binnenwirtschaft in Europa. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht eben gerade in solchen Ausnahmezeiten, wie sie jetzt sind, auch außergewöhnliche Massnahmen treffen, ohne direkt die Grundsatzfrage dann zu stellen und zu sagen, jetzt fällt alles über den Haufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass so eine temporäre Lösung jetzt ein möglicher Schritt wäre, um auch in dieser Flüchtlingspolitik mal kurz zurückzutreten, nochmal zu schauen, ob man Lösungen finden kann, Lösungen suchen kann, Lösungen erreichen kann und dann wieder einen grösseren Schritt vorwärts gehen. Ja, pragmatische Lösungen sind vielleicht gefordert, sagt der Schweizer Kollege. Und damit sind wir in Ihrem Heimatland. In Deutschland wird ja jetzt über schnellere Abschiebungen von kriminellen Ausländern etc. diskutiert. Und auch bei Ihnen in der Schweiz ist Ähnliches im Gespräch. Da gibt es, glaube ich, ja wieder eine Volksabstimmung demnächst. Worum geht es denn da genau? Also es geht um die Ausschaffung von kriminellen Ausländern. Und die Schweiz ist da, glaube ich, schon ziemlich ein paar Schritte voraus im Vergleich zu Deutschland. Das Schweizer Volk hat im Jahr 2010 in einer Volksabstimmung darüber entschieden, dass kriminelle Ausländer ausgeschafft werden sollen, wenn sie ein Verbrechen gegen Leib und Leben getätigt haben, wenn sie Sozialmissbrauch betrieben haben, wenn sie einen Diebstahl oder einen Einbruch begangen haben. Das ist der Massnahmekatalog. Jetzt sind mittlerweile fünfeinhalb Jahre vergangen. Und offenbar gibt es jetzt dort doch Bedenken, dass diese Initiative, die damals angenommen wurde, nicht genügend umgesetzt wurde. So stimmt jetzt das Schweizer Volk auf Initiative der SVP, der rechtsnationalen, rechtsbürgerlichen Partei, noch einmal darüber ab, dass diese Initiative jetzt auch von den Gerichten durchgesetzt wird. Die sogenannte Durchsetzungsinitiative. Und darüber wird am 28. Februar abgestimmt, dass das auch konsequent umgesetzt wird in der Praxis, diese Ausschaffung der kriminellen Ausländer. Also bemerkenswerte Entwicklung in der Schweiz. Da kann man das eine oder andere, was vielleicht vergleichbar ist, sich möglicherweise abschauen, möglicherweise auch nicht. Ich habe zum Beispiel gelernt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, dass Flüchtlinge, dass Asylsuchende in der Schweiz nur 1.000 Euro circa behalten können und den Rest müssen sie abgeben für Kost und Unterbringung. Gab es harte Diskussionen in der Schweiz, um so etwas durchzusetzen? Ja, das gab es natürlich. Es gab harte Diskussionen, aber das ist so eine dieser Maßnahmen, die eigentlich dazu führen soll oder dazu führen sollte, die Schweiz als Zuzugsland oder als Zuwanderungsland weniger attraktiv zu machen. Man muss das auch immer ein bisschen unter dem Aspekt sehen, dass die Schweiz einen Ausländeranteil heute von 25 Prozent hat. Also es ist mehr als doppelt so hoch wie hier in Deutschland und auch deutlich höher als praktisch in allen EU-Staaten. Und da hat es natürlich diesen Ruf gegeben, seitens der Politik nicht nur der rechtsnationalen Parteien, sondern eben auch der bürgerlichen, teils auch der linken Parteien. Und deshalb ist das vielleicht alles ein bisschen unter diesem Aspekt zu sehen. Da hat es harte Diskussionen gegeben, aber letztendlich kamen die eben durch aufgrund der Tatsachen, die ich eben genannt habe. Sagt Adrian Arnold in Bonn, Berlin bei Phoenix. Vielen Dank für diese Erläuterung. Einen schönen Tag noch nach Berlin.